Ein Punkt, auf dem liberale Theologen und Skeptizisten immer gerne rumreiten, ist der, dass ja die synoptischen Evangelien sich auf gemeinsames Traditionsgut über Jesus berufen, während das Johannes-Evangelium einen ganz anderen überhöhten Jesus darstellen würde. Das würde ja dann auch bedeuten, dass das Johannes-Evangelium ein später geschriebenes Werk einfach nur eine Fanfiction ist oder nicht mehr als eine Fanfiction oder eine Art Fanfiction, die nichts anderes tut, als Jesus eben überhöht darzustellen aufgrund der ganzen Traditionen, die Johannes bereits längst bekannt waren. Aber Johannes dichtet dann eben noch mehr dazu. Das ist es, was uns viele Leute erzählen, weshalb das Johannes-Evangelium ja schon ziemlich in die Gnosis hineingehe und damit vorsichtig zu betrachten sei. Dass dieses Argument der größte Schwachsinn aller Zeiten ist, haben wir bereits des Öfteren gezeigt. Wir haben bereits zeigen können, dass das Johannes-Evangelium ein historisch zuverlässiges Dokument ist, welches sehr gut sich im Palästina und mit den Bräuchen Israels des ersten Jahrhunderts auskennt, mehrfach in seinen geografisch-topografischen Angaben von der Archäologie bestätigt wurde und auch wissen wir darüber Bescheid, dass das Johannes-Evangelium Details enthält, die darauf schließen lassen, dass es sich um Augenzeugenberichte handelt. Zudem haben wir im Johannes-Evangelium genauso solche Details, genau solche geschichtlichen Details, die wir auch in den neutestamentlichen Synoptikern haben, sodass das Argument, dass es sich bei Johannes um nichts weiter als eine Fanfiction handelt, Blödsinn ist. Genauso wie Johannes es ja selbst schreibt in Johannes 19,35, dass es sich um einen Augenzeugenbericht handelt. Und tatsächlich ist dieser Selbstanspruch des Johannes-Evangeliums auch verständlich, wenn wir uns etwas vor Augen halten, das hier sehr wichtig ist. Denn sehr wichtig ist immer noch eine Sache, eine Sache, die wir definitiv feststellen müssen. Ja, es gibt zahlreiche interne Beweise, dass der Apostel Johannes es war. Und sowohl externe, also von den Kirchenvätern erhaltene Beweise, als auch die ja geografisch unabhängig voneinander fungierten, als auch interne Beweise, dass der Apostel Johannes es war, der das ganze Evangelium geschrieben hat. Ja, und wir haben auch bereits, wenn wir uns darüber unterhalten haben, den Grund gesehen, den wir dann später nochmal sehen werden, warum das Johannes-Evangelium eine andere Schreibweise hat. Ja, warum Johannes andere theologische Fixpunkte hat, als die Synoptiker. Ja, aber aus einer anderen Perspektive zu berichten, heißt nicht, ich wiederhole nicht, dass ein anderer Jesus vermittelt wird. Daher jetzt die Frage, ist der Jesus des Johannes anders, als der, den die Synoptiker präsentieren? Wenn Matthäus und Johannes ja beide von irdischen Jüngern Jesu geschrieben wurden, naja, warum sind sie dann nicht ähnlicher? Eine Frage, die wir bereits geklärt haben und am Ende nochmal klären werden in diesem Beitrag, aber wir wollen uns einfach mal anschauen. Ist da wirklich, sind da wirklich zwei unterschiedliche Jesus-Bilder oder handelt es sich um ein und denselben Jesus? In Johannes 7, 21 bis 23 heißt es, Jesus antwortete ihnen, ich habe ein Werk getan und ihr alle staunt darüber. Mose hat dir die Beschneidung gegeben, nicht, dass sie von Mose, sondern von den Vätern stammt und du beschneidest einen Mann am Sabbat. Wenn ein Mann am Sabbat die Beschneidung erhält, damit das Gesetz des Mose nicht gebrochen wird, bist du dann zwannig auf mich, weil ich am Sabbat den ganzen Körper eines Menschen gesund gemacht habe. Johannes 7, 21 bis 23. Und hier, was haben wir hier? Jesus kritisiert hier die Heuchelei. Ja, die Heuchelei, die ihm von den Pharisäern, die sich gerne auf das Gesetz des Mose berufen, ja, ähm, ja, da wird dann letzten Endes, äh, ja, da wird dann letzten Endes genau diese Heuchelei kritisiert, weil eben genau das nicht getan wird. Aber Jesus wird ein Bruch des Gesetzes vorgeworfen, obwohl sie selbst das Gesetz die ganze Zeit brechen. Und wenn dieses Ereignis, wenn wir das nun mit Lukas 13, 15 bis 16 vergleichen, ja, wo Jesus denen antwortet, die sagten, er habe den Sabbat gebrochen, weil er eine behinderte Frau geheilt hatte, da sagt er, ihr Heuchler bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn weg, um ihn zu tränken. Und sollte diese Frau, eine Tochter Abrahams, die Satan 18 Jahre lang gebunden hatte, nicht am Sabbatag von dieser Bindung befreit werden? In beiden Geschichten benutzt Jesus ein Wortspiel, um die Heuchelei derer, die das Gesetz predigen, es aber selbst nicht halten, anzuprangern. Die rituellen Gebote des Gesetzes sind nicht wichtiger als die Heilung eines Menschen. Ihre Prioritäten waren alle durcheinander, ja. Jesus wurde hier sarkastisch, Lukas 13, 33, denn es kann nicht sein, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems zugrunde geht. Wir sehen denselben sarkastischen Jesus in Johannes 10, 32. Jesus antwortete ihnen, ich habe euch viele gute Werke vom Vater gezeigt. Für wen von ihnen wirst du mich steinigen? Ja, eine gute Portion Sarkasmus und Wortspiele sind unerlässlich offensichtlich, um ein nacharmer Christi zu werden, ja. Aber sowohl die Synoptiker als auch Johannes zeichnen dasselbe Bild. Jesus mochte es absolut nicht, wenn man ihn für etwas kritisierte, was man selbst tat oder eben nicht tat. Also Heuchelei. Jesus kritisierte hier die Heuchelei in ähnlicher Art und Weise. Und das zeigt sich bei zwei verschiedenen berichteten Situationen. Ja, wir haben in Lukas und Johannes haben wir ja zwei verschiedene Situationen, aber Jesus benutzt immer wieder dasselbe Wortspiel, um denselben Punkt zu machen. Das zeigt, dass hier schon einmal derselbe sarkastische Predigerstil von Jesus in den Evangelien erfasst wurde. Im Johannes-Evangelium versuchte Nikodemus, Jesus freundlich zu etwas zu überreden. Rabbi, wir wissen, dass du ein von Gott gekommener Lehrer bist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Johannes 3, 2. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand nicht wiedergeboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das gleiche geschieht in Lukas 11, 27 bis 28, als Jesus erneut ein Kompliment zurückweist. Lukas sagt uns folgendes. Als Jesus diese Dinge sagte, erhob eine Frau aus der Menge ihre Stimme und sagte zu ihm, gesegnet sei der Mutterleib, der dich geboren hat, und die Brüste, an denen du gestillt hast. Was war die Antwort Jesu? Selig sind vielmehr diejenigen, die das Wort Gottes hören und es halten. Man kann also Jesus nicht einfach nur Honig um den Mund schmieren, er durchschaut die Sache und kommt der Sache immer wieder aus dem Grund. Es gibt auch die sehr menschliche Seite von Jesus. Skeptiker sagen ja oft, dass der Jesus in Johannes dieser eine jenseitige Jesus ist. Aber dass Jesus sowohl Mensch als auch Gott ist und sowohl als auch die beiden Naturen in den Evangelien betont werden und auch in Johannes wird dabei eben übersehen. Ja, Jesus, wie wird Jesus in Markus porträtiert? In Markus 14, 33 bis 37 lesen wir hier, und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und begann sehr betrübt und beunruhigt zu sein. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist bis zum Tod betrübt, bleibt hier und wacht. Und er kam und fand sie schlafend und sagte zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde lang Wache halten? Und in Johannes 13, 21, nachdem er dies gesagt hatte, war Jesus im Geiste unruhig und bezeugte, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Hier ist Jesus sehr menschlich. Ja, er fragte Jünger auch gezielt, ob sie ihn verlassen würden, nachdem sich die Menge gegen ihn gewandt hatte, als er davon sprach, er sei das Brot des Lebens. Johannes 6, 67. Wieder sehen wir bisher eine enorme Einheit im Charakter. Schließlich sagte Jesus auch sehr schnell, ich habe es dir gesagt. Markus 13, 23. Aber seid auf der Hut, ich habe dir alles im Voraus gesagt. Johannes 14, 29. Und nun habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Diese Einheit der Persönlichkeit ist weit entfernt davon zu sagen, dass Johannes einen ganz anderen Jesus und ein ganz anderes Bild und ein viel jenseitigeres und unrealistischeres und weit entferntes Bild davon präsentiert, wer Jesus war, als die synoptischen Evangelien. Doch es gibt noch mehr ähnliche Sprüche, sowohl in den Synoptikern als auch bei Johannes. Ebenso kann eine gemeinsame Sprache unter den Evangeliums-Erzählungen eine Einheit im Charakter aufweisen. Es handelt sich um die gleiche Tradition aus verschiedenen Blickwinkeln. Schauen wir nun auf folgende Parallelen, die auf verschiedenen Schauplätzen und Szenen in den Evangelien basieren. Ein Diener steht nicht über seinem Lehrer. Matthäus 10, 23-24. Wenn sie euch in einer Stadt verfolgen, so flieht in die nächste. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet nicht an alle Städte Israels durchzogen haben, bevor der Menschensohn kommt. Ein Schüler steht nicht über seinem Lehrer, noch ein Diener über seinem Meister. Johannes 15, 20. Erinnert euch an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch dich verfolgen. Wer auch immer empfängt. Matthäus 10, 40. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Johannes 13, 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich sende, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Fragt oder bittet und ihr werdet erhalten. Matthäus 7, 7. Bitte und es wird dir gegeben. Suche und du wirst finden. Klopfe an und es wird dir geöffnet. Johannes 16, 24. Bis jetzt hast du in meinem Namen um nichts gebeten. Bitte und du wirst empfangen, damit deine Freude vollkommen sei. Mose und die Propheten. Lukas 16, 29 bis 31. Aber Abraham sagte, Ja, ähm, Ihr habt Mose und die Propheten. Lasst sie sie hören. Und er sagte, Nein, Vater Abraham, aber wenn jemand von den Toten zu ihnen kommt, werden sie Buße tun. Er sagte zu ihm, Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, werden sie auch nicht überzeugt sein, wenn jemand von den Toten auferstehen sollte. Johannes 5, 45 bis 47. Glaubt nicht, dass ich euch beim Vater verklagen werde. Es gibt einen, der dich anklagt, Moses, auf den du deine Hoffnung gesetzt hast. Denn wenn du Mose glauben würdest, würdest du mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Aber wenn du, wenn ihr euren Schriften nicht glaubt, wie wollt ihr dann meinen Worten glauben? Nun betont Johannes auch natürlich, natürlich auch sehr, also natürlich sehr stark verschiedene Phrasen und Themen. Ja, das bestreitet niemand. Ja, das könnte jedoch das leichtes Ergebnis seiner Auswahl nach dem Schwerpunkt sein. Wie gesagt, was wir von frühen Kirchenvätern über Johannes und sein Ziel, das Evangelium zu verfassen, wissen, deckt sich damit. Clemens von Alexandria schreibt ja bekanntlich um 180 nach Christus. Dementsprechend heißt es, dass Johannes gebeten wurde, in seinem eigenen Evangelium die Zeit zu erzählen, die die früheren Evangelisten nicht enthalten hatten. Eusebius von Caesarea zitiert diese Aussage von Clemens auch in seiner Kirchengeschichte 3, 24, 1 bis 13. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Synoptiker, ja, dass die Synoptiker und Johannes natürlich aus verschiedenen Blickwinkeln und mit verschiedenen Schwerpunkten, thematischen Schwerpunkten, geschrieben haben. Aber das bedeutet nicht, dass sie ein unterschiedliches Bild oder eine unterschiedliche Theologie lehren würden. Ja, und daher gibt es auch keine repräsentative Auswahl aller Themen oder Vokabeln Jesu. Allerdings sagt Jesus etwas, das dem Johannes-Evangelium sehr ähnelt und zwar in Matthäus 11, 27. Alle Dinge wurden mir von meinem Vater anvertraut. Niemand kennt den Sohn außer dem Vater und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und denen, denen der Sohn ihnen offenbaren möchte. Ja, wenn es heißt, dass Jesus in Matthäus kaum über sich selbst spreche und schon gar nicht viel über seine Identität, dann kann man diesem nur diese Stelle zum Lesen vorlegen. Ja, laut Jesus kann aber nur er auf übernatürliche Weise seinen Sohn-Status offenbaren und in diesem Zusammenhang können nur die Bescheidenen es empfangen. Ja, sowohl bei dem Synoptiker Matthäus als auch beim Johannes-Evangelium sagt Jesus dasselbe. Ja, vielleicht liegt es halt daran, dass der Jesus von Johannes derselbe Jesus ist, der uns in den Synoptikern beschrieben wird. Diese Passage hat eine Parallele in Lukas 10, 21 bis 22, was nach Ansicht auch der liberalen Theologen bedeutet, dass diese Passage in der sogenannten Logienquelle Q enthalten war. Ja, es handelt sich also um eine frühere, jetzt verlorene Quelle zur Sammlung von Jesus-Logien, die sie auf die 40er oder 50er Jahre nach Christus datieren würden. Das würde dies also zu einem Teil der frühesten Evangeliumstradition machen. Ja, und wir lesen ja in Matthäus 11, 27, ja, wenn wir uns diesen, äh, äh, ja, wenn wir uns diesen, äh, wenn wir uns diesen Text einmal durchlesen, ja, wenn wir Matthäus, äh, äh, 11, 27 uns ansehen, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand kennt den Sohn außer dem Vater. Ja, niemand kennt den Vater außer dem Sohn und dem, dem der Sohn ihn offenbaren will. Ja, genauso wie in Lukas 10, 21 bis 22, wo dann letzten Endes gesagt wird, ich danke dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du diese Dinge vor den Weisen und Klugen verborgen und den Unmündigen offenbart hast. Trotzdem, Vater, so schien es in deinen Augen gut. Ja, und, naja, wir sehen, ja, Jesus hat sich sowohl im Markus, Matthäus, Lukas, der Kuhquelle als auch in der Quelle des Johannes-Evangeliums als den einzigartigen Sohn des Vaters, ähm, bezeichnet, dessen Identität nur vom Vater offenbart werden kann und dass er der Einzige ist, der den Menschen sagen kann, wer der Vater ist. Ja, aber wenn diese Theologie eine spätere Erfindung von Johannes war und wenn Johannes diese Theologie entworfen hat und sich von den Synoptikern viel weiter unterscheidet, wie kommt das dann in eine frühe Quelle wie der Logienquelle oder den synoptischen Quellen? Naja, es gibt zwei einfache Antworten darauf. Erstens, weil Jesus es tatsächlich gesagt hat und die Quintessenz, dass der Jesus des Johannes-Evangeliums und der Jesus der Synoptiker ein und dieselbe Person sind. Ja, er ist derselbe sarkastische, witzige, schlagfertige, mitfühlende und herzergreifende sowie göttliche Jesus, den man auch in den anderen kanonischen Evangelien findet. Und nur, weil aus verschiedenen Perspektiven etwas geschrieben wird und Johannes Dinge ergänzt, heißt das noch lange nicht, dass ein unterschiedliches Bild präsentiert wird. Ganz im Gegenteil sogar. Wenn aufgrund verschiedener Bearbeitung Unterschiede in der Verarbeitung zu erkennen sind, aber dennoch die Quintessenz die gleiche ist und sogar die Wörter ähnlich wiedergegeben werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auf den historischen Jesus zurückgeht und dass der Jesus der Synoptikum, der Jesus des Johannes-Evangeliums die gleiche Person sind und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Aussage des Johannes-Evangeliums sei nur eine spätere theologische Fiktion Blödsinn ist, sehr, sehr hoch. Jetzt könnte man da natürlich auch eine Kernsache angreifen, ja, wie zum Beispiel die allseits bekannten Ich-Bin-Worte, ja, wie zum Beispiel Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ja, oder Ehe Abraham war, bin ich, also diese Ich-Bin-Aussagen, die wir finden, ja, Ich bin die Auferstehung und das Leben, Ich bin das Brot des Lebens, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Ich bin die Tür, Ich bin das Licht der Welt, Ich bin der gute Hirte, diese Ich-Bin-Aussagen Jesu im Johannes-Evangelium, die sind ja überliefert und viele sagen, naja, gut, das hat sich der Johannes ausgedacht, denn wir finden sowas ja nicht explizit oder nicht so oft oder gar nicht in den Synoptikern. Was lässt sich dazu sagen? Naja, es gibt mehrere Gründe dafür, warum zunächst einmal in den Synoptikern, wenn man so an sich hinschaut, zunächst einmal, dass nicht so deutlich ist und so krass in Anführungszeichen ist wie bei Johannes und da gibt es folgende Gründe, obwohl die Botschaft dieselbe ist, ist die Art und Weise, wie Jesus bei Johannes klingt, ja, ganz anders als die Art und Weise, wie er in den Synoptikern klingt und oftmals so ähnlich in der Art und Weise, wie Johannes selbst im Johannes-Evangelium klingt, das bedeutet, die Grammatik, der Wortschatz und der allgemeine Schreibstil sind hier schon mal ähnlich, sodass es heißt, ja, das kann ja deshalb so sein, weil der Apostel Johannes, der ja lang zusammen war mit Jesus, quasi irgendwann die Art und Weise, wie Jesus gesprochen und gelehrt hat, übernommen hat und das wäre ja schon mal ein Grund, ja, der dritte Punkt, also ein weiterer Punkt natürlich ist der, dass das messianische Geheimnis ja immer wieder, ja, betont wird, Markus 8, 29 bis 30 oder Matthäus 16, 16 bis 20 oder Lukas 29 bis 21, wo es immer wieder heißt, ja, die Leute, weil Jesus war sich ja bewusst, der war sich ja klar, im Klaren darüber, dass die Leute immer wieder versuchten, ihn mit Gewalt zu intronisieren, ja, ihn zum König zu machen. Jesus hatte aber keine politischen Ambitionen in dem Sinne, als er die Weltherrschaft wollte. Ja, das meinte Jesus nicht. Jesus wollte den Menschen klar machen, dass Gott in ihm den Menschen die Hand reicht. Ja, und deshalb wurde er oftmals, ging er oftmals auch weg oder macht es oftmals vorsichtig, klar, ja, dass er der Messias sei, aber er wollte halt nicht, er wollte halt nicht, das hat ihn halt nicht besonders gereizt, dass dann ständig die Leute ihm auf die Pelle rücken würden, damit sie ihm dann, damit sie ihn dann zu ihrem neuen König machen würden, ja, denn das war nicht Jesu Ziel dafür, war er ja nicht gekommen. Naja, und, ähm, was man definitiv sagen muss, ist, ähm, ja, Johannes, wie wir ja vorhin bereits nochmal gesehen haben, schreibt natürlich immer wieder für sein eigenes Publikum, die Synoptiker schreiben für ihr eigenes Publikum, und er schreibt damit auch mit einem anderen theologischen Schwerpunkt. Und er tut dann eben, also, er, er, macht dann auch ganz neue Punkte, ja, und berichtet auch ganz neue Dinge, die die Synoptiker so an sich nicht berichtet haben, oder auch nicht ihren Schwerpunkt draufgelegt haben. Aber der wohl wichtigste Punkt, um diesem Einwand zu begegnen, ist der, dass die Aussage, es gebe nur im Johannes-Evangelium solche Ich-Bin-Aussagen, die die absolute Gott, Göttlichkeit Jesu, die Gottheit Jesu, äh, äh, postulieren, ja, und in den Synoptikern gäbe es das nicht, dass die sowieso falsch ist, ja, denn die Evangelienberichte über den Spaziergang Jesu auf dem Meer, Matthäus 14, 23 bis 33, Markus 6, 47 bis 52, Johannes 6, 16, ähm, ja, bis, äh, 21, ja, die, ähm, ja, die, ähm, die haben so eine Parallele oder auch so, äh, wird theologisch ebenso gedeutet vor dem Hintergrund Exodus 14 bis 15, Überquerung des Roten Meeres durch die Israeliten, ja, sie überquerten, das, äh, sie gingen mitten im Meer und überquerten dann die andere Seite, ja, und ebenso befand sich das Boot der Jünger dann eben auch mitten im Meer und überquerten dann auch und Jesus, äh, über, also sie überquerten das Meer und Jesus überquerte es dann auch. Ein starker Ostwind wehte dann über das Rote Meer und, ähm, genauso wie ein Wind über den See Genezareth wehte, ja, und der Geografie zufolge auch aus Osten, ja, und das machte es den Jüngern schwer, ihr Boot zu rudern, ja. Nun ist es interessant, dass in diesem Wunderbericht dargestellt wird, dass die, dass Jesus eben die Rolle Moses und Jahwes dann eben ausfüllt, ja, und, ähm, auch Jesus sagt, habt Mut, genauso wie Mose es den Israeliten gesagt hat, ja, doch Jesus fügt dann hinzu, Matthäus 14, 27, Markus 6, 50, Johannes 6, 20, ja, in all diesen drei Stellen fügt Jesus hinzu, Ego Amy, ich bin es, fürchtet euch nicht. Diese Aussage spiegelt Aussagen Gottes in Jesaja wieder, wo er von einer Art neuem Exodus spricht, wenn die Juden in ihr Land zurückgebracht würden. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir, wenn du durch das Wasser gehst, werde ich bei dir sein und durch die Flüsse werden sie dich nicht überwältigen, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, damit du mich erkennst und glaubst und verstehst, dass ich er, Ego Amy bin. Ich bin der Herr, dein Heiliger, der Schöpfer Israels, dein König, so spricht der Herr, der, der, der dir den einen Weg durch das Meer macht, einen Pfad in den mächtigen Wässern. Jesaja 43, 1 bis 2, 5, 10 und 15 bis 16, ja, das, dann, dann gibt es noch Markus 14, 62 und Markus 13, 26, die sich auf Daniel 7, 13 beziehen, diese Passage bezieht sich auf den Menschensohn, der in den Wolken kam. Dies ist ein klarer Hinweis auf ein göttliches Wesen, da in semitischen Kulturen nur die Götter, Jahwe, Baal und andere Gottheiten auf den Wolken ritten. Sie waren die Fahrzeuge und Streitwagen der Götter, sozusagen, ja. Und, ähm, ja, da wird dann eben auch, wenn jedes Mal im Alten Testament, wo eine Figur auf den Wolken reitet, sich auf Jahwe bezogen wird. Deuteronomium 33, 26, Psalm 68, 4 und 33, Psalm 104, 3, Jesaja 19, 1 mit der Ausnahme von Daniel 7, 13, wo der Menschensohn derjenige ist, der auf den Wolken reitet. Dies impliziert daher stark die Göttlichkeit des Menschensohnes und Jesus verwendet diese Menschensohn-Passagen nun für sich selbst. Und Jesus behauptete, derjenige zu sein, der mit den Wolken des Himmels kommen würde. Die Septuaginta besorgt für Daniel 7, 13, dass Menschen dem Menschensohn dienen würden. Und, ähm, ja, die Septuaginta, also, also viele Christen und, viele Juden und Christen des ersten Jahrhunderts, ähm, die kannten diese Passage und wussten, dass die Behauptung von Markus, dass Jesus die Passage auf sich selbst anwendete, ein indirekter Anspruch auf volle Göttlichkeit ist. Ja. Ähm, ähm, er beanspruchte die Göttlichkeit, ja, und außerdem bezieht sich Jesus, wie bereits erwähnt in Markus 2, 10, auf den Menschensohn auf Erden. Und, äh, diese steht möglicherweise dann im Gegensatz zum Menschensohn im Himmel. Und Daniel 7, 13 bringt es dann auf den Punkt mit den Wolken des Himmels. Dabei sollte auch beachtet werden, dass Jesus in Markus 14, 62 sagt, ich bin, also wie der Ego Amy auf Griechisch. Ja. Jesus konnte dabei lediglich sagen, ich bin der Messias, ohne zu behaupten, eine Gottheit zu sein. Doch, vor dem Hintergrund dieses Menschensohnes, ja, und vor dem Hintergrund dieser, dieser ganzen, äh, göttlichen Implikationen, auch bereits bei Daniel und im Alten Testament und dann hier im Evangelium, ja, muss man sagen, der Autor, Markus, ja, lässt Jesus den griechischen Ausdruck Ego Amy verwenden, um Jesus den Anspruch auf absolute Göttlichkeit zu verschaffen. Wie es der Autor von Johannes in Johannes 8, 58 auch mit Sicherheit sagt, sagt, äh, Tat. Weil hier lesen wir, Jesus sagte zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, bevor Abraham war, bin ich. Vor allem, weil Jesus den Ausdruck im Zusammenhang mit der Behauptung verwendet, der Menschensohn von Daniel zu sein. Als Jesus so reagierte, beschuldigte ihn der hohe Priester auch noch mit der Gotteslästerung, so dass der Begrifflichkeit, der griechischen Begrifflichkeit, Ego Amy, mit diesem ganzen, äh, mit diesem ganzen Hintergrund definitiv eine messianisch-prophetische Bezeichnung Jesu für sich selbst als Gott ist. Und dass das eben auch genau das ist, im Stile, ähm, wie auch, äh, das Johannes-Evangelium in Johannes 8, 58 schreibt, ehe Abraham war, bin ich, ja. Und da muss man definitiv sagen, dass Jesus hier ja impliziert, ja, ganz klar impliziert, dass er vor Abraham war und somit, weil sie ihn dann ja auch der Gotteslästerung beschuldigen, ähm, ganz klar implizierte, Gott zu sein, Gott der Allmächtige zu sein. Ja, und somit haben wir auch in den Synoptikern diese Ich-Bin-Aussagen, ja. Wir haben also auch in den Synoptikern solche Parallelen und dadurch, dass diese Synoptiker alle von dieser Aussage wissen, ja, müsste man eigentlich nach liberal-theologischer Logik ebenfalls wieder sagen, dass das in der frühen Logienquelle Q bereits dargelegt war und sich damit dies auf frühe authentische Jesus-Tradition bezieht. Wenn jetzt nicht die Synoptiker, ähm, wenn jetzt die Synoptiker anders schreiben als Johannes, aber dennoch, die, sowohl die Synoptiker als auch das Johannes-Evangelium den gleichen Jesus repräsentieren, dann muss man sagen, Johannes hat eine ergänzende Funktion, ergänzt also Dinge, die die Synoptiker ausgelassen hatten oder nicht hineingebracht hatten. Er bringt eine andere Ausdrucksweise und eine andere Sichtweise ins Spiel, eine andere Perspektive, aber im Kern wird sich immer wieder auf dieselbe Traditionsgut bezogen. Ein weiteres Argument ist natürlich auch immer noch das, dass sich ja das Johannes-Evangelium auf die Auferweckung des Lazarus bezieht und eine solch unglaubliche Behauptung in den Synoptikern nirgends zu finden ist. Und das würde ja bei den Synoptikern stehen, das hatten wir ja auch schon mal adressiert, scheint zunächst einmal eine sehr gewichtige Aussage zu sein, ist aber absolut schwach, denn diese Aussage wäre stark, wenn die Totenerweckung des Lazarus die einzige Totenerweckung gewesen wäre, die Jesus getan hatte. Doch wir finden bei den Synoptikern Berichte über andere Totenerweckungen Jesu, so zum Beispiel im Markus-Evangelium mit dem aramäischen Wortlaut Talitha basierend, weil es noch diesen aramäischen Wortlaut hat, diesen alten Wortlaut. Das bedeutet, auch die Synoptiker beschreiben schon in ihren frühesten Anfängen, die frühesten Jesusquellen und Traditionen haben schon Totenerweckungen mit drin. Also nur, weil Johannes hier von Lazarus schreibt und die das nicht mit drin haben, die Synoptiker, heißt das nicht, dass die Episode mit der Totenerweckung des Lazarus nicht historisch wäre. Denn wir haben Berichte über Totenerweckungen, historisch glaubwürdige Berichte über Totenerweckungen in Jesu Dienst, auch schon bei den Synoptikern. Sodass auch dieser Punkt gegen die Glaubwürdigkeit des Johannes-Evangeliums vollkommen ausscheidet. Sodass wir letzten Endes sagen müssen, der Jesus der Synoptiker und der Jesus des Johannes-Evangeliums ist ein und dieselbe Person. Es wird sich mit verschiedenen Schwerpunkten, theologischen Aussagen und mit verschiedenen Perspektiven an Jesus herangearbeitet. Das ist richtig. Doch es gibt im Kern übereinstimmende Traditionselemente, die in allen Evangelien durchscheinen, sowohl bei den Synoptikern als auch bei Johannes. Es gibt diese Musterübereinstimmungen und dadurch, dass Johannes auch noch Traditionsgut auch von den Synoptikern hat, aber auch noch zusätzliches Traditionsgut hat, wird gut durch das Statement des Clemens von Alexander und anderer Kirchenväter erklärt, dass Johannes diese ergänzende Funktion hat. Also Traditionen, die nicht in den Synoptikern erscheinen oder übernommen wurden, einfach nochmal aufgearbeitet und ergänzt hat. Alles in allem müssen wir also sagen, aus verschiedenen Perspektiven sich einem, einer Person nähern, heißt nicht, sich verschiedenen Personen zu nähern oder verschiedene Personen zu beschreiben, sondern die ein und dieselbe Person aus verschiedenen Perspektiven mit verschiedenen Schwerpunkten und theologischen Aussagen zu nähern. Aber im Grunde ist und bleibt Jesus der gleiche, sowohl bei den Synoptikern als auch im Johannes-Evangelium. Sodass ich sagen muss, Skeptiker, bringt dieses Argument nicht mehr, denn es ist schwach, es ist widerlegt und nachweislich falsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank.